Hier ein kurzes Tutorial-Video zur Nutzung eines Apple TV mit zwei HomePod Minis. Und dabei möchte ich darauf eingehen, wie man das Ganze einrichtet, beziehungsweise auch was dann so die groben Funktionen sind, die man dabei erwarten kann. Wenn ich hier eine Taste drücke auf der Tastatur, schaltet sich automatisch der Smart TV ein und automatisch lande ich dann auch hier auf dem Apple TV Home Screen. Das heißt, hier sind meine Apps und hier kann ich auch das Ganze neu anordnen. Hier kurz gezeigt, also an diesem Smart TV hängt dieses Apple TV, hier unten in dem Schrank ist es verbaut. Das ist hinten über ein HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Zusätzlich habe ich hier unten noch in diesem Schrank eine Mehrfachsteckerleiste angebracht und daran sind die ganzen Netzteile eingesteckt und hier links und auch auf der rechten Seite sind diese zwei HomePod Minis und diese sind hier über das Betriebssystem TVOS vom Apple TV über die Einstellungen. Gekoppelt, wie man jetzt hier sieht, kann man da auf Video und Audio gehen und dann gibt es hier unten Audio Ausgabe, den Punkt und hier kann man dann auswählen Wohnzimmer HomePods, nachdem die eingerichtet sind und wenn ihr das eingestellt habt, wird automatisch das, was ihr hier abspielt auf dem Fernseher über das Apple TV, wird dieser Ton automatisch auf die HomePod Minis rechts und links rausgegeben und ihr könnt dann auch so fernsehen, beziehungsweise, was auch noch relativ cool ist, wenn man hier rechts oben lange drückt, kommt man hier auf dieses Einstellungsmenü und kann hier auch zusätzlich noch weitere HomePods auswählen. Bei mir jetzt hier, ich könnte auch im Arbeitszimmer oder im Badezimmer oder in der Küche diesen HomePod mit anschalten und dann kann ich in der ganzen Wohnung zum Beispiel Fernseher schauen oder habe halt zumindest mal in der ganzen Wohnung die gleiche Audio Wiedergabe und so kann man dann auch individuell das Ganze leiser machen und auch lauter und hier oben natürlich genauso für das Wohnzimmer, kann ich auch hier lauter machen oder leiser das heißt, man ist hier sehr, sehr flexibel Zusätzlich, wenn ihr jetzt hier generell lauter und leiser macht, wird dann auch der gekoppelte HomePod Mini im gleichen Verhältnis lauter und leiser gemacht das heißt, man kann hier über eine Fernbedienung dann alles steuern Grundsätzlich hat man so auch noch den Vorteil, dass man über Siri Befehle hier auch den Smart TV bedienen kann das heißt, ich könnte jetzt sagen zum HomePod Mini öffne Apple Music ZD hier öffnet sich Apple Music und jetzt könnte ich auch sagen, spiele Musik und dann macht er das auch schon das heißt, ihr könnt hier gewisse Sprachbefehle, die die einzelnen Apps unterstützen, ausführen oder zum Beispiel hier noch eine App Vipo, über die schaue ich immer Fernsehen öffne Wipo und wenn ihr das hier dann macht, könnt ihr hier drin einfach Fernsehen ganz oben einmal normal Fernsehen oder hier könnt ihr auf Programm wechseln mit der Fernbedienung und hier die einzelnen Programme anschauen Mir ist allerdings aktuell keine Funktion bekannt, dass man zum Beispiel in Wipo drin das Programm auch umschalten könnte durch Sprachbefehle das heißt, dafür braucht man dann teilweise immer noch diese Fernbedienung hier Zusätzlich möchte ich hier noch kurz zeigen durch den Befehl Hey Siri Apple TV an Startet hier dann auch euer Smart TV beziehungsweise könnt ihr auch das Apple TV aus dem Ruhezustand herausholen und landet dann hier auch wieder auf dem Homescreen das heißt, man kann auch so relativ geschickte Funktionen umsetzen Auch noch nützlich ist der Befehl Zeige mir den Maschinenraum Und wie man jetzt sieht, kann man dann Kameras direkt hier auf dem Apple TV anzeigen lassen und das auch ganz automatisch über Siri das heißt, das ist relativ praktisch Und damit sind wir auch schon am Ende von diesem kurzen Tutorial Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt die gerne unten im Kommentarbereich und sonst bis zum nächsten Video Ciao, ciao Hey Siri, Apple TV aus